Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 13. Folge von IOSA's World. In der letzten Episode waren wir im Endaktiv, wir haben eine Enderman XP Farm gebaut und diese Farm läuft wirklich super, super gut. Seit der letzten Aufnahme sind mittlerweile glaube ich schon 3 Wochen vergangen und ich war in dieser Zeit nicht untätig. Wie ihr schon an meiner Rüstung sehen könnt, bin ich mit der Rüstung und der Ausrüstung soweit fertig, dass wir jetzt in der nächsten Zeit top ausgerüstet viele spannende neue Projekte erleben können. Ich möchte zu Beginn der Folge euch einmal die Updates zeigen, die sich seit der letzten Aufnahme ergeben haben, denn ich war wie gesagt nicht untätig. Damit ich euch mal die Updates zeigen kann, gehen wir zuallererst einmal hier ins Nether, denn dort hat sich auch einiges getan. Der Weg vorher zu unserem End war sehr, sehr, sehr kompliziert. Durchs Nether konnte man nicht wirklich gut gehen, muss ich sagen. Hier war direkt ein riesengroßer Lavasee und über die Erde hat das Ganze dann doch immer so 10, 15 Minuten gedauert, bis man da angekommen ist und die Position vom Endportal gefunden hat. Und genau deshalb bin ich hingegangen, habe hier ein wenig die Sachen ausgehüllt und mir einen kleinen Weg gebaut, über den wir jetzt hier entlang rennen können. Und gar nicht so weit weg ist dann auch schon das passende Endportal bzw. Netherportal zum Endportal und so können wir dann relativ schnell in Zukunft immer wieder zum End kommen. Vor allem dann, wenn wir Rüstung verzaubern müssen oder dort ähnliche Vorhaben vorhaben. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rüber. Der Weg, wie gesagt, so eine halbe Minute muss man hier entlang sprinten, dann ist man da schon angekommen und so können wir dann die Zeit gut umbringen. Ansonsten seht ihr, dass die Rüstung soweit fertig ist. Hier würde ich aber jetzt gleich einmal später drauf eingehen, wenn wir angekommen sind. Ihr seht, das Portal ist jetzt direkt hier an meiner Hass-Todesstelle und direkt hier beim Portal. Zack, wir gehen rein, landen hier auf der Plattform und können jetzt den Weg entlang gehen. Die Farm habe ich auch ein wenig geupdatet. Ihr seht, der doofe Weg nach oben ist verschwunden. Ich habe jetzt ganz einfach einen Dropdown-Schacht gebaut, an dem man runterfallen kann bzw. hochklettern kann. Und ihr seht auch schon, dass wir hier Unmengen an Endermen haben, die hier spawnen, sobald wir hier die Chunks laden, also die Mobs hier spawnen können. Und so ist die Farm dann schon komplett einsatzbereit, sobald wir hier bei der Farm angekommen sind. Von der XP-Anzahl her ist die Farm wirklich, wirklich super gut aufgestellt. Wir bekommen XP ohne Ende, ich komme nicht hinterher. Ja, das Spiel crasht eher und das nächste, was ich dann gemacht habe, war die Tatsache, dass ich hier die Kiste, die falsch angeschlossen war, einmal neu verlinkt habe, sodass jetzt auf beide Seiten Enderperlen kommen. Vorher war das Problem, dass nur die vordere Reihe an Hoppern angeschlossen war. Jetzt habe ich auch die hintere Reihe angeschlossen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal kurz auf die Ausrüstung zur Sprache und diese sieht so aus, dass wir die Rüstung jetzt ziemlich perfekt haben, bis auf Mending. Da hatten wir ja leider am Anfang den Villager mal getötet, als wir die Iron Farms gebaut haben und dementsprechend habe ich jetzt hier noch keinen Mending drauf. Ansonsten sind die Rüstungen bestmöglich verzaubert für die 1.14.4. In der 1.14 am Anfang gab es mal die Möglichkeit, alle Verzauberungen drauf zu tun. Die Möglichkeit haben wir jetzt leider nicht, da wir schon in einer zu neuen Version sind und ich habe jetzt erstmal die aktuell beste Verzauberung meiner Meinung nach, die man haben kann. Und zwar haben wir Aqua Affinity, Protection 4, Unbreaking 3 und Respiration 3 auf dem Helm drauf. Protection und Unbreaking auf der Brustplatte und den Beinen. Und auf den Schuhen haben wir Deathstrider und Feather Falling drauf. Und wenn da jetzt überall noch Mending drauf kommt, ist das meiner Meinung nach eine mit der besten Rüstung. Das Schwert ist ansonsten soweit auch fertig. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir hier Sharpness, Sweeping Edge, Mending, Unbreaking und Looting drauf haben. Das ist sehr, sehr nützlich. Feuer möchte ich erstmal nicht drauf haben, da das auch ein bisschen kritisch sein kann und wir dadurch selber anfangen können zu brennen, wenn das der ein oder andere Zombie angreift. Der Bogen ist soweit auch ganz gut. Da musste man sich ja entscheiden, ob man Infinity oder Mending drauf haben möchte. Ich habe mich jetzt hier für Infinity entschieden. Auch den kann man relativ schnell wiederherstellen, vor allem wenn man eine Angelfarm hat. Die Tools sind soweit fertig. Auf die Silk Touch Sache habe ich jetzt mal noch das letzte Mending Buch drauf getan. Und die mit Fortune 3, die ist soweit auch noch nicht komplett fertig. Auch hier fehlt noch Mending. Die beiden Sachen habe ich jetzt erstmal nur mit den übrigen XP-Punkten verzaubert. Die können wir, denke ich mal, zum späteren Zeitpunkt nochmal optimieren. Das kommt aber alles später. Ziel ist es jetzt erstmal, Mending nochmal zu bekommen in ausreichender Menge, damit wir die Tools so fertig haben, dass wir die stetig mit XP wieder reparieren können. Ansonsten sind wir jetzt gut ausgerüstet. Das Einzige, was noch fehlt und womit sich auch die nächsten Folgen und vor allem diese Folge beschäftigen soll, ist die Elytra. Denn wir brauchen eine Elytra, um möglichst schnell in der Welt voranzukommen, die Welt zu erkunden. Zeitgleich brauchen wir, damit diese Elytra aber funktioniert, auch noch sehr, sehr viel Papier und Gunpowder, damit wir die Raketen herstellen können. Und das soll das Ziel für die nächsten Folgen sein. Das heißt, heute in dieser Folge geht es damit los, dass wir uns erstmal eine Elytra besorgen. Ich habe schon mal den Weg, das seht ihr oben rechts gebaut, zum Endportal bzw. zum Endgate. Ich glaube, so ist die richtige Bezeichnung dafür. Diesen Weg werden wir gleich mal gehen und dann werden wir zusammen in dieser Folge versuchen, die Elytra zu bekommen und zeigt gleich noch die ein oder andere Ender-Chest bzw. Chalker-Chest vorzubereiten, die wir benötigen. Ja, lustig. Im Texture-Pack wird gar nicht die Verzauberung angezeigt, sehe ich gerade. Das sollte natürlich nicht so sein. Ziel ist es aber, wie gesagt, erstmal jetzt die Elytra oder zwei, drei Elytren zu bekommen, die zu verzaubern, eventuell irgendwie noch Mending mit dem Villager drauf zu bekommen und wenn wir das dann haben, werden wir hingehen eine Creeper-Only-Farm bauen und dann zusätzlich dazu nochmal eine Sugarcane-Farm, sodass wir ausreichend Papier produzieren, das wir gebrauchen, damit wir die Elytra betreiben können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen da durch, ich gehe jetzt nochmal kurz zurück, nehme nochmal ein paar Baumaterialien mit, die wir benötigen können und dann geht es gleich mit der Jagd nach der ersten Elytra weiter. Ich habe jetzt alle Sachen zusammen, wir sind halbwegs gut ausgerüstet, können uns hier ein wenig über die Sachen bauen, notfalls abbauen, der Hut ist bzw. der Pumpkin ist aufgesetzt und jetzt müssen wir uns hier durchteleportieren. Ich habe in letzter Zeit einige YouTube-Fail-Compilations von Minecraft vorgeschlagen bekommen und dabei ist es doch das ein oder andere Mal passiert, dass die Leute hier reingeworfen haben und direkt runtergefallen sind. Ihr habt ein wenig Angst, dass mir das auch passiert, vor allem wenn man direkt auf der Ecke rauskommt. Ich bete jetzt mal, dass es nicht passiert, das heißt, wir müssen jetzt zusammen einmal die Daumen drücken, werfen die Enderperle und ja, haben Glück gehabt, sind hier nirgendwo an der Ecke, sehen aber das Teil hier, merken uns am besten einmal die Koordinate, dass wir hier auch wieder zurückfinden können und jetzt ist es an der Zeit, hier einmal das End ein wenig wenig zu erkunden, bis wir die erste Endstadt finden und ich würde sagen, wir drehen uns jetzt erstmal nach links und gehen ganz stumpf erstmal in die Richtung, bis wir was sehen. Die Endermen können uns ja hier nicht wirklich viel anhaben und wenn die erste Endcity oder die erste Struktur in Sicht ist, dann melde ich mich wieder. Ein paar Blöcke weiter weg habe ich jetzt hier die erste Struktur gesehen, das sieht soweit schon mal gut aus, da wird auf jeden Fall, denke ich, eine, ja, Elytra dabei sein und die sollten wir auf jeden Fall versuchen mitzunehmen. Das Einzige, was ich wohl vergessen habe, sind die Fackeln, die sind ein bisschen alle, deswegen setze ich mir jetzt mal hier die Brotgruben aus Hänsel und Gretel einfach mal aus Stein hin, dass ich nachher den Weg wieder zurück finde. Den Freitod, wie man den sonst manchmal kennt mit der Endetest, den möchte ich jetzt hier noch nicht wählen, das sollte eher die letzte Möglichkeit sein und wir müssen uns jetzt hier einmal spannend mit meinen schwitzigen Händen, vor allem mit meinem schwitzigen kleinen Finger, jetzt hier drüber sneaken, ohne dass wir runterfallen und das mache ich jetzt und dann entluten wir gleich mal einmal die Festung. Auf den letzten Metern ist mir jetzt tatsächlich doch der Cobblestone ausgegangen, ich musste mir jetzt gerade nochmal ein wenig Endstone holen und jetzt geht es damit auch weiter, zuerst einmal die Elytra zu bekommen. Das sollte nicht allzu schwer sein, wenn man nicht jetzt hier irgendwie dummerweise von den Schalkern getroffen wird. Ihr seht schon, ich habe gerade schon mal versucht, mich hochzubauen, hatte aber zu wenig Endstone dabei und deswegen nehme ich jetzt hier nochmal das Ganze im zweiten Versuch auf. Wir stacken uns jetzt hier einmal hoch und hoffen nicht direkt vom Schalker angegriffen zu werden, denn das kann dann doch durchaus gefährlich werden, wenn man zu weit nach oben treibt und dann nach unten fällt. Das passiert aber hoffentlich nicht, wir sind hier flott dabei, haben jetzt auch genug Endstone mit, da vorne ist der böse, böse Schalker schon und wir haben jetzt hier, ja, wir können auch hier unter Dachredling bleiben, das ist dann nicht weiter schlimm. Wir haben das hier jetzt schon erreicht, ihr seht, das Achievement ist da und ich würde sagen, wir schweben jetzt mal hier rein. Hier sind notfalls auch nochmal ein paar Healing Potions, die wir mitnehmen können. Den Brauchstand nehmen wir sicherheitshalber auch mit und jetzt gehen wir direkt hier vorne einmal hin, töten den Schalker, warten bis er wieder draußen ist und dann können wir uns jetzt hier die erste Elytra nehmen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass es so ist, dass die Gegner meiner Meinung nach in Minecraft wesentlich, wesentlich, wesentlich zu leicht zu besiegen sind. Sowohl der Enderdrache als auch hier die Schalker, als auch die Cities, die End-Cities hier im allgemeinen. Der Wizard, das sind alles sehr, sehr einfache Endgegner, wenn man gute Tools hat und ich würde mich freuen, wenn mal irgendein Endgegner kommt, der wirklich sehr, sehr schwer zu besiegen ist. Oh, mit Mending, das ist gut, dann können wir den nachher mit dem hier kombinieren. Dann haben wir schon mal ein Mending-Tool fertig. Und ich würde mir wünschen, dass, wie gesagt, nochmal schwerere Gegner hinzukommen. Nichtsdestotrotz looten wir jetzt hier einmal kurz den Laden. Das sollte ja nicht zu schwer sein. Nehmen natürlich hier auch den Kopf mit, den dürfen wir nicht vergessen, weil der ist ziemlich, ziemlich cool. Wo ist jetzt der Enderman? Beziehungsweise hier unten drunter ist wahrscheinlich nichts. Das heißt, wenn wir den hier abbauen, dass er wegfällt. Nö, sollte er nicht. Wir hoffen mal, dass er uns jetzt hier direkt entgegenspringt. Das ist der Fall. Und die Sachen können wir jetzt erstmal in die Ender-Chests tun, dass die auf jeden Fall in Sicherheit sind. Und dann looten wir jetzt nochmal schnell im Durchlauf zusammen den Turm, und dass wir noch ein paar Ender-Chalker-Shels kriegen, die wir dann benötigen, um uns die ersten Chalker-Kisten zu machen, die wir dann besser mitnehmen können, damit wir mehr Sachen im Inventar transportieren können. Ich würde sagen, ihr seht das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Zehn Minuten später ist jetzt hier alles schon gelootet. Der ein oder andere Schalker ist sicherlich noch hier. Die werde ich versuchen, jetzt nochmal ein Ding festzumachen, sodass wir uns doch ein paar Schalker-Kisten zusammencraften können, die wir dann für die späteren Folgen brauchen. Grundsätzlich sind aber die Räumlichkeiten hier ja nicht wirklich zu hart zu besiegen. Wenn man eine halbwegs gute Ausrüstung hat, ist das alles möglich, selbst wenn man hier im schwereren Spielmedus steht. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal wieder zurück zum Portal, beziehungsweise zum Endgate, und von dort werden wir dann wieder zurückgehen und mal schauen, was wir alles so zusammengesammelt haben und wie viele Schalker-Kisten wir daraus machen können. Wieder hier zurück in der Basis angekommen, können wir jetzt mal schauen, wie viele Kisten wir insgesamt rausbekommen. Dazu gehen wir hier mal an den Crafting-Table und nehmen mal das Schalker-Box-Rezept. Und wir bekommen insgesamt acht Kisten raus. Ich denke mal, das sollte für den Anfang zumindest vollkommen ausreichend sein. Damit sollten wir einiges in die Kisten tun können und das dann dort auch lagern. Die anderen Sachen habe ich jetzt schon mal hier reinsortiert, zumindest größtenteils. Und die anderen Kisten tue ich jetzt erstmal alle hier rein. Was wir jetzt nochmal kurz zusammen probieren werden, ist der Versuch, ob wir den Mending-Helm direkt mit dem anderen Helm kombinieren können, ohne dass das zu viele Level kostet bzw. dass es vielleicht sogar unbezahlbar ist, weil das wäre schon mal eine super Sache. Den Helm habe ich mit, hier ist der andere Helm und wenn wir die jetzt kombinieren, dann, warte mal, hier haben wir ein, zwei, drei, vier Sachen drauf und hier haben wir dann die vier Sachen plus Mending drauf. Den Deal machen wir auf jeden Fall. Und jetzt würde ich direkt schon mit den Vorbereitungen für die nächsten Folgen beginnen, denn es soll, wie gesagt, damit weitergehen, dass wir jetzt einmal eine Sugarcane-Farm bauen und eine Farm, um Gunpowder zu produzieren, sodass wir die Raketen produzieren können, die wir benötigen, um in Zukunft hier mit der Elytra fliegen zu können. Natürlich brauchen wir für die Elytra auf jeden Fall auch noch Mending und Unbreaking, das ist aber kein Problem. Das können wir, denke ich mal, alles recht zeitnah drauf bekommen, aber als allererstes brauchen wir auf jeden Fall Raketen. Wir können mal kurz schauen, wie viel Loot wir insgesamt jetzt haben bzw. wie viel Gunpowder wir haben, 14 Stück und hier vorne haben wir ein bisschen Sugarcane. Das ist aber insgesamt viel zu wenig und deswegen müssen wir da Gas geben. Ich bin mir persönlich noch nicht ganz sicher, wo das in die Welt hin soll. Wichtig bei der Gunpowder-Farm ist halt, dass die ganz oben im Himmel gebaut wird, sodass Monster ausschließlich in der Farm und nicht in irgendwelchen Höhlen ringsherum spawnen können und genau deshalb müssen wir für die Farm eine gute Position finden und da ich jetzt hier in der Welt nicht einfach drauf losbauen will, sondern wirklich, wenn ich eine Farm baue, die so bauen möchte, dass die schön erhalten bleibt, müssen wir dafür, wie gesagt, eine gute Position finden, wo die Farm wirklich bis zum Ende dieses nicht endenden Projekts bleiben kann. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Hier wahrscheinlich nicht. Wir nehmen uns die mal kurz hier raus, ein bisschen Holz. Dazu möchte ich auf jeden Fall jetzt mal mit dem Kartografie-Table spielen. Den hatte ich meiner Meinung nach noch nie benutzt und genau deshalb craften wir den mal. Kann sein, dass wir den schon mal als Arbeitsblock benutzt haben und mit diesem Kartografie-Table kann man, wie gesagt, mit den Karten arbeiten. Ich glaube, grundsätzlich gehen die alten Tricks und Methoden, die man früher gebraucht hat, dazu genauso, wie es ja heute der Fall war. Und wir starten jetzt hier erstmal. Gut, dass ich mich in den Kisten so auskenne mit dem Kompass. Den craften wir natürlich nicht so. Was fehlt noch? Fehlt noch Gold? Oder was fehlt beim Kompass noch? Mal schauen, ob wir hier das Rezept haben. Nee, da drin ist es nicht. Mal gucken, ob wir den schon mal craften konnten. Hier zeigt er den natürlich auch nicht an. Hier zeigt er auch nur die Sachen an, die man theoretisch craften könnte. Muss ich gleich nochmal schauen, wie das Rezept ist. Wir sollten aber mit dem Kompass und Papier Karten erstellen können. Und die nutzen wir dann dazu, um einmal zumindest so die grobe Basis abzustecken und zu sehen, wo die Welt aufgebaut ist. Und dann können wir uns entscheiden, wo wir diese Farmen später bauen. Mal schauen, ob es jetzt für den Kompass reicht oder ob wir dafür wirklich den Crafting-Table brauchen. Zack, da ist er. Und wenn wir den jetzt einmal mit Papier in Verbindung setzen, eventuell geht das auch hier im Kartografie-Table. Ich habe den, wie gesagt, noch nicht so richtig benutzt. Nee, das geht nicht. Was, wenn wir nur Papier reintun, dann geht das auch noch nicht. Hier Papier rein, zwei Papier rein. Da passiert noch nicht viel. Wir sehen nur, die Textur updatet sich. Ich denke, das heißt, wir müssen die erste Kartenstufe auf jeden Fall klassisch erstellt werden, indem wir jetzt hier einen Kompass und Papier nehmen. Daraus die leere Karte erstellen. Und wenn wir die jetzt hier reintun, dann können wir die theoretisch noch nicht kopieren oder duplizieren. Geht wahrscheinlich erst, wenn die aufgedeckt ist. Das schauen wir uns aber gleich an. Ziel ist es jetzt erstmal, wie gesagt, eine Position zu finden. Und dazu werde ich jetzt mal kurz zwischen den Karts einmal hier die Basis um unseren großen See in der Mitte aufdecken. Die ganze Aktion mit der Karte hat doch wesentlich länger gedauert, als ich das am Anfang vermutet hatte. Und zwar bin ich jetzt bei den Karten mit dem Größenverhältnis 3 zu 4, beziehungsweise dem Kartenlevel 3. 4 ist die maximal herausgesumte Stufe. Und wir sehen, dass jetzt hier einmal auf der Karte der ganze große See, nenne ich es mal in Anführungszeichen, in der Mitte da ist. Das hier ist einmal unsere Startposition. Das sind die beiden Eisengolem-Farmen. Und ich hatte am Anfang erst einen etwas kleineren Maßstab genommen, beziehungsweise einen Maßstab genommen, der näher rangezoomt ist. Aber als ich dann gesehen habe, wie viel wir dann theoretisch aufdecken müssen, beziehungsweise wie groß die Karte wird, das wäre dann ungefähr 5x5 oder 4x4 geworden, glaube ich, damit das drauf gepasst hätte, habe ich gesagt, komm, gehe ich nochmal einen Maßstab rausgesumt, also aufs Level 3. So ist das ja alles gut auf diesem 2x2-Bereich zu sehen. Und gleichzeitig ist es auch noch nicht zu klein, als wenn wir dann die Stufe 4 gewählt hatten. Ich denke mal, in Zukunft sollten wir auf jeden Fall nochmal hingehen, einmal den Bereich zum 4x4-Bereich machen. Das sieht, denke ich mal, super cool aus, wenn wir hier irgendwo die Basis bauen. Und so hat man da mal einen ganz guten Überblick für die Welt. Das Ziel war es ja jetzt, die Position für die spätere Gunpowder-Farm, also Creeper-Only-Farm, rauszusuchen. Ich habe mir schon mal überlegt, dass wir diese Farm, die Creeper-Only-Farm, gleichzeitig auch mit einer Sugarcane-Farm kombinieren. Zumindest ein bisschen von der Optik. Ich bin da gerade schon mal ein bisschen am überlegen, was wir machen können. Und dann wird diese Farm, zumindest diese Kombination, direkt Gunpowder und Sugarcane produzieren. Wenn ihr da eine coole Design-Idee habt, dann lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Und die bauen wir hier einfach irgendwo über dem Meer. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir das genau hier wirklich in der Mitte machen sollten. Theoretisch gibt es ganz, ganz viele Positionen, wo halt das Land nicht mehr in Sicht ist, wo das geht. Das überlege ich mir mal, vielleicht habt auch ihr da eine Idee. Irgendwo auf jeden Fall hier in der Welt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung einmal den Seed raussuchen und euch das selber angucken. Diesen großen Insel- bzw. Meeresbereich und mir da eine Position vorschlagen. Nächste Woche geht es wie gesagt mit den beiden Farmen weiter. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle einmal fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao Leute! Ciao Leute! Ciao Leute!